ja hallo ich bin der wari und ihr erinnert euch sicherlich dass ich vor drei vier wochen bei dem pflanzen video eine kamera in den hirten graben gebracht habe so meine kamera hängt sieht man ja vor dem schloss lege ich meistens irgendwie noch ein blatt vor oder so weil dieses glänzende metall das sieht man schon von weiten so sieht man es nicht ganz so schnell beim vorbeilaufen und dann sehen wir uns ein paar wochen wieder bin gespannt was da so alles vorbeiläuft wasser trinkt und wieder geht und die bilder die da drauf zu sehen sind die seht ihr jetzt nur eine sehr kurze eröffnung weil es regnet da will ich die kamera nicht so lange auspacken ich wünsche viel spaß beim gucken und wir sehen uns dann bis später so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020